Das ist eindeutig. 9,90 gab es für Betty Occhino, die im Augenblick also zusammen mit Natalia Laszanova in Führung liegt. Und nun Svetlana Puginskaya beginnt mit Salto vorwärts auf den Ball. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich nehme an, jetzt wird es eng. Da vorne, um Platz 1. Die Svetlana Puginskaya, der SSR, von der man sagt, dass sie die größte Perfektionistin unserer Kunstsonderinnen der Welt sei. Ich glaube, wir können das hier wohl weiter bestätigen. Ich glaube, wir müssen die größte Perfektionistin unserer Kunstsonderinnen der Welt sein. Ich glaube, wir müssen die größte Perfektionistin unserer Kunstsonderinnen der Welt sein. Ich glaube, wir müssen die größte Perfektionistin unserer Kunstsonderinnen der Welt sein.